Da war nur ein Gehl drin Das war MEIN Schiff Alles voll im Lange Ich kann das Ding nicht nutzen Was ist jetzt das hier? Was ist das hier? Ok, Position Wir müssen noch was Das war mein Schiff Oh Ich erinnere mich auf den Kopf Aber auch nur weil ich mich nicht konzentriert habe Ich habe das Ding gut Ich habe das Ding gut Okay, ausgelutscht. Was der eine wegschmeißt, weiß ein anderer zu schätzen. Das sieht ja auch ganz nett aus. Die Gauß-Kanone. Hüllenschaden. Nice, nice, nice. Aktionen. Oh, haue Waffen. Gatling... Gatling 6? Was heißt das? Dass ich 6 davon bauen kann? Gatling 6? Gatling 6. Gatling 6? Oh, da hinten ist noch ein bisschen Plasma, das wollen wir gleich nochmal mitnehmen. Haben wir es glaube ich weiter geschafft als zuvor? Was ist da hinten nochmal? Ja da waren wir ja schonmal. Da ist noch eine Frage. Das nehmen wir jetzt auch nochmal. Das geht ja nochmal nicht. Wenn er uns das schon anzeigt. Ist hier noch irgendwo was zum abschießen? Irgendwie macht ihm weniger Schaden als die andere. Das ist schon wieder was. Also wir müssen auf jeden Fall mal skillen, dass wir hier größeren Staubsauger haben. Okay jetzt geht los. Wir müssen weg. Also okay, hier scheinen wir aber auch noch gewesen zu sein, oder? Da ist ja schon wieder was kaputt. Ach ne, ich brauche noch das Gel. Okay. 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 Das war natürlich richtig clever. Aber hier ist ja nichts. Warte mal doch. Alter, mit der Station lege ich mich jetzt aber nicht an. Okay. Wie werden die Wege hier immer länger, du? Gibt's ja wohl nicht. Was? Was? Ja. 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 Ich glaube, du bist bei mir falsch. Ich will keinen Ärger haben. Spiel nicht den Unschuldigen. Ich tue es ungern, aber ich kann dich damit nicht davon kommen lassen, Adam. Äh, Adam? Moment. Ich hab dich schon einmal gesehen. Du... Du heißt Seth. Wofür hältst du mich? Spar dir den Quatsch mit dem Gedächtnisverlust. Jetzt wird abgerechnet. Dieser Seth. Ich erinnere mich fühlst du an ihn. Wir waren Freunde, oder? Warum hat er versucht mich zu töten? Es dürfte dich nicht überraschen, dass die meisten Leute dich töten wollen. Aber der hier war mir gesprächig. Er hat mir irgendetwas vorgeworfen, woran ich mich nicht erinnere. Was habe ich getan? Wer bin ich? Verdammt! Adam! Das ist noch nicht vorbei! Das war vielleicht eine seltsame Begegnung. Kiel! Oh, nein. Was war jetzt denn hier weg? Da ist ein Minenfeld. Aber Kristalle werden hier wohl schwer wachsen. Kommt schon, ey. Jetzt geht's gut, ey. Boah, was ist denn los, ey? Ich hab'n Problem. 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 Das ist meine Drohne, aah. Aua. Aua. Wer ist denn hinter mir? Aua. Meine Zen-Zone sind wieder weiter. Alles gegrillt hier. Oh, heiß. Kann ich reparieren. Ich muss nur noch auf die Minen aufpassen. Oh. Scheiss, ich muss weg. Ich hab alle Wände, wenn ich auf die Böse geht. Oh. Oh. Ohne Sound. Oh oh. 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 kein sound dieser setz nobu er war ein freund dann kannst du ihn nächstes mal vielleicht überzeugen nicht auf uns zu schießen wenn ich nur wüsste was mein original verbrochen hat dass er so wütend ist was meint er mit verrat offenbar musst du er im russ ins vergangenheit erforschen um antworten zu finden ich muss nur die puzzleteile zusammensetzen so Oh, oh, oh. Ernsthaft jetzt. Das war's, Alter. Hab dich! Oh! BAM! Ha ha ha! Who ist das, ne? Okay. Okay. Ja, aber das war's jetzt erstmal, ne? Ich bedanke mich für das Einschalten und wir machen alle mal weiter, aber ich muss morgen früh raus arbeiten. Das ist schon mir viel zu lang. Wenn ich jetzt noch eine Runde mache, ist es schon gerne eine Stunde weg und so. Das haut nicht hin. Also dann! No? Ich weiß jetzt nur noch nicht, was wir jetzt hier noch für ein Upgrade machen könnten. Wenn ich das jetzt ausmache, ist es dann gespeichert? Offensichtlich nicht. Oder doch? Hm. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch was. Gute Nacht. Wir sind richtig. Wir sind richtig glücklich. Vielen Dank.